Der nächste Teilnehmer, da freue ich mich besonders drüber, dass wir ganz neue Gesichter hier haben. Und zwar begrüße ich auf der Bühne Martin Carstens, er ist aus dem Kurs vom Band und absolut begeisterter, ein untermodiger Spieler, seit drei Jahren dabei, kommt aus München und spielt das Stück mit der Nummer 3 im F. Viel Spaß mit der Startnummer 7, Martin Carstens mit 10. In diesem Fall wäre ich gebeten zugegeben. Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020